Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends Aram und ja diesmal habe ich vergessen zu starten und deswegen sind wir jetzt schon mitten im Spiel und ihr habt ein paar Sekunden gespart und mit dabei ist wieder die Hand, jawohl, die Hand kann reden, holy moly, äh wo will der hin, achso da steht schon Jace, ich dachte gerade warum sehe ich den da, lol, hat er getroffen, hat er glaube ich nicht, ai caramba Oh, was war das denn? Wollt gerade Threshflame und dann habe ich erst mitgekriegt, das ist ja die Hand All AP vs me, I love that All AP? Äh, nee Naja, ist gut, aber Alter, was tut ihr denn da? Das ist nicht fair, das ist nicht, der Turnt war nicht, man, der Turnt war echt nicht fair, der war kacke Das wird nicht der letzte Gefalle What's up, Jace? Das ist OP, lol Entsprung der Mensch daneben gesetzt Ja Oh, vier last hits Oh, vier last hits Ich fress so viel Schaden, alter Außer Jace haben wir gar keinen Burst, ne? E-Kraft Äh, ich dachte ich komme mehr von der Seite Oh, diese können Sie sehen, dass wir ja ungefähr die Ey, die Schmackofatzen und so weg, ey. Brauchst du dich mäht davor, dann kommt gleich der Schmackofatzen und Wurz. Mit dem Arsch. Too bad. Honi! Oder ab du Bengel, ey. Na ja, hat er das Problem aus der Welt geschafft hier, hm? So sieht's aus, Freunde. Oh, der war schön von Jace. Oh, der hat so viel Rangepoke, ey. Das ist so räudig. Und du mal hier, der Grace. Oder der Jace, wie auch immer. Der wollte, glaub ich, sterben. Oh! Da sitzt ein bisschen weg von mir, du. Spannend, Alter. Ei, ei, ei. So, Adi. Oh mein Gott. Nein, 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 nein! Oh nein! Lass ihn mit, der du bist. dramatisch. Holi moli. Das ist so ein Gammelkind, Alter. Äh, äh. Du wurdest getötet. Klar, die Poppy. Nice. Sehr gut. 15. Was haben wir gesagt? 35? Ja, ne? Ey. Was bist du für ein Gammelkorb, Alter? Alter, ich krieg nicht mal die 35, oder was? Au ab, du Bengel. Oh, Leute, ey. Ist doch... Geh hindert. Lol. Brent hat gerade null Tower-Damage bekommen. Oh, oh. Megalio, Leute. Megalio, wake up. Wake up in the morning. Brave slatscht auch in jeden Scheiß rein. Okay. Boa. alter was ich krieg einfach instant in die fresse wenn es so eine missmaler ist so heftig verbündete doppeltötung weiß verbündete doppeltötungen hat weil es mich halt alter Ja, verpiss dich, Poppy. Mann, du stinkst nach Fisch. So. Komm, wenn ich hier bin, ich bin schon wieder so gut wie tot, ey. Das ist behindert. Mann, oh. Oh nein, geh doch weg von mir, du hässlich am Engel. Du bist so dumm. Warum kommst du Richtung Busch gelaufen, du Hängehoden? Och, Leute. Was soll denn das? Komm jetzt zu nichts. Ich komm nicht mehr zu Last Hits. Ich schweige denn zum Snowballen. Ja, Gario. Wake up in the morning. Er hat nicht mal einen Cougar, äh, Ready für, Mann, hat er für Cougar gehabt? Ist der wirklich verarschen, oder was? Ist dein Ernst? Ist dein Ernst? Oh, oh, oh. Ich krieg ja nix zu tun. Ich krieg ja wirklich null gebacken. Wirklich null. Ja, Landung vom Sprung, ne? Ja, jetzt bist du, jetzt bist du sowas von am Arsch, du, jetzt, äh, ja. Leid. 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 Einfach läuft. So, lolle ich. Komm, weg mit dir. Tschüss. Alter, Hopi. Ich hasse dich. Lolle ich dir. Das war's für heute. ich bin mir eine ulti und ja wachs nicht hier auch mal wegkommen es ist so eklig ins gesicht jase 700 kann ich noch lange nicht hier und so greift hat schon aufgegeben oder was die die lebron als jetzt mal dann auch auf jetzt hier ein zwanzig wenn man das zumindest mal jetzt nur von schaden nichts Ich sag jetzt nichts, oder? Es ist ein Hurricane Grave. Warum tust du das? Warum? Ah, schau, der war Grab of Cooldown. Natürlich. Wollte ich gerade anschrecken. Grab! Hab ich gesehen, ah, Cooldown. Oh, ey, es ist da so ein Hängerhoden. Hab ich wieder keine Vision! Leute, Leute, du immer an. Lasst mir doch Last Hits. Alter, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? 26. Ich hör bei 35 auf. Kein Ding. Äh. Copy mit Ult mach ich nicht. Mach ich nicht. Ach, nein. Naja, dann nur ich halt. Hab ich noch weggeratzt hier, die dumme Sau. Dumme Sau. So, als nächstes brauchen wir Infinity. Wo ist es denn? Da. Äh. Ich bin noch mit Minigem Gold, dann haben wir erstmal Spitzhackel rein. Ich sag, Grave, der macht wirklich null Schaden. Null. Brutal. What the f***? Ich krieg Shen nicht tot. In der Zeit, wo ich Shen haue, haut mich 6 weg. Also ich hätte natürlich auf 6 gehen müssen, aber ich dachte, komm, easy Shen und dann auf 6. Und der hat funktioniert. Item benutzt auch wunderbar funktioniert. 6, 11. Und 27 Grape Gates. Mein Gott. den meeresboden ja up 27 kipp geht es nur noch acht leute ja nicht euer ernst sein und nur am feiten hier man greift mit der spiel der scheiß hurricane das ist so dumm warum nur die wurst hat zwei die lektion ein reißig man jens dann kommt mensch ich mache ja richtig schaden hier leute easy carry und so steht hier der schlüsse ist auch nicht schlimm ja schon mehr läuft läuft nicht jetzt finnisch nur mit drei minions fehlen dann kotze ich im kreis alter dürfen gar nicht finnisch er ist ein ernst ich habe die weggeschossen du bengel 36 weiß ich nicht gezählt wird nein neun 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 weg okay okay die mutter hatte glatze so geil hat da wo wenn das nicht gezielt wird ne lips als da willst du da jetzt machen ohne und die ohne alles so jetzt aber hier wo sieht es aus worm zerstört ja immer ins team gegen graves der schaden wird nicht dadurch geteilt glaube ich also macht das nicht viel sinn du hallo ich wurde nicht getötet hallo alter dieser poppy links rechts du legst du bist du legst im kopf du bengel mit mit hurricane ist eine ganz fit im kürbis ob man noch so eine schnappsidee in 15 easy lass mich leben bieter ja schenny das ist der missmade ja unterbrochen du pappnase hier kriegst du brallo also ich nehme mal lieber die küssen bisschen mit oh mein gott alter wechsel doch auf hammer naja egal ist ja ewig hä war was lol mach die krebs mach die krebs mach die krebs ich werde auch in die bache nur die wurst hat zwei ich hatte es mich das ist so unfair daneben aua 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 was soll das was soll das oh der schenner geht auch wieder mies auf mich ey boah leute warte 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 bin unsichtbar verpiss dich hier boah leute nein weg enge hohen da komm ich einfach nicht lass mich doch wenigstens hochheilen warte ihr seid so eine hängehoden alter ohne scheiß lasst mich mich doch heilen und da auch das verpinderter dekoriert in meeresboden ein geschenk nein ja was denn ja natürlich ja natürlich aber ja eigentlich von egal war sogar von chen bin ich am arsch doch keine märchen hier da kommen wo ist der hund du hässliche möb da ist er der thront das ist ein super spiel mit 6 aus kotzen da gab es ins gesicht so jetzt komme ich wieder und jetzt können wir nichts machen weil er los sind ich dann gleich wieder fokus so alter leck mir eine füße ja 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 natürlich ich das ist aber geschenk für den schlachter hart alter wirst fisch das ist doch nicht wahr wieso hat er noch flash was ist denn das für eine scheiße hier ich komme zunächst wird die ferne rausgefokust ist so behindert und kümmern sie sich überhaupt wieder läuft auch rum und dann ja wenn er noch übrig ist dann macht man den obwohl das ist doch so scheiße ist da wo ist denn der griff sie eigentlich der 8 16 11 18 dann können doch den fokus oder und nämlich ja mich aber ist so ich habe meine kriegs legt mich so du bist ja auch später eingestiegen so warte mal guck mal hier 39 ab ecke du hast jetzt 55 du hast eine neue belohnung verdienen wunderbar so dann gucken wir mal eben hier was jetzt hier los ist 120 hast du schon okay machen wir weiter hallo hallo das symbol ist auswählen ist ja quatsch oder hallo oder akt 3 erst in drei tagen weil noch geschlossen kann das sein akt 3 noch geschlossen egal ich werde mal gucken und ja aber danke fürs zusehen danke auch an die hand gern geschehen und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge alles weitere was jetzt mit ihr aufnehmen werde ich natürlich nicht aufnehmen sondern erst wenn es hier in diesem komischen gedöns hier mit dem akt und wegwasser weitergeht in dem sinne schönen tag noch und tschüss 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 Vielen Dank.